Die Frage war nach der roten Karte, wie er die beurteilt. Er sagt, er kann es nicht sagen, wenn man es eine Million Mal im Fernsehen anschaut, kann man jedes Tackle dann so beurteilen, wie man es möchte, aber er kann es nicht richtig beurteilen. So, for example, if this was a knockout game and we go out of the competition because we go down to ten men, I'm sure everyone will be kicking ourselves because it's fortunate that it is the first game of the group and we have loads of time to bounce back from But yeah, of course, Discipline is a huge part of football. In terms of Jesse, obviously, no footballer likes making mistakes, but it's part and part of the game. We're humans, every footballer makes mistakes, we'll learn from it, he'll learn from it and he'll pick himself up and he'll be ready to go on Sunday because that's part and part of the football. But yeah, of course, Discipline is a big part. I think the game plan would work in the second half because you were under a lot of pressure and I don't think there was another shot after the game plan. Ich denke, die meisten der Chancen kam in der ersten Hälfte in der ersten Hälfte, wo wir in der ersten Hälfte waren und wir konnten nicht wirklich, wir konnten nicht gut aus und nicht die Boxen gut genug, mit der number von Böden sie in der ersten Hälfte waren. Und dann kam der zweiten Hälfte und ich fühlte mich wirklich, wir waren kontrolliert ohne den Ball, ohne eine große Herausforderung auf den Counterattacken. Wir könnten mehr Ich glaube, es war nicht mehr auf den Ball, aber ich fühlte mich nicht mehr auf den Ball. Der erste Ball war wirklich unbeförtlich. Ich weiß nicht, wie es auf den Ball war. Der letzte Ball war ein Mistake, aber es ist unbeförtlich. So in terms of die Schafe, ich fühlte mich ein bisschen besser. Mit den Counter-Attacken und Pushing-Forward, können wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Vielen Dank. Vielen Dank.